Hallo und herzlich willkommen bei Victor Gamble. Ich bin wieder auf Diagnose ein Ticket und heute habe ich das Spiel Calibria. Ich habe es mir gerade wieder neu heruntergeladen und ich habe es ja schon mal gespielt. Ich hoffe dir mein Account noch. Ich höre keine Musik. Ah, da. Vollbild. Jawohl. Geht rein. World Wide. Hm, warum steht da nicht wo meine Charaktere sind? Doch, da ist mein Account. Yeah, super. Ich bin begeistert. So, dann probieren wir mal wieder ein XL Video zu machen. Wir machen hier Quest und die ganzen Dailies. Papapapa. Aber erstmal sammle ich alles ein, was ich einsammeln kann. Friends. Freunde einsammeln? Keine Freude einsammeln. Na gut, dann nicht. Da oben. Starter. Juna. Na. Ok. Ah. After wishing, I need to stand online, is the way before I can wish again, right? Correct. Ah. Items in my covers will never explode correctly. Correct. Ah. How many physical heroes? Also, 5. Ja, ich habe einen richtig. A hero with high speed will attack more often. Correct. Yeah. How many times can I wish on the day? Ah, was? 5. Ah, 4. Egal. Fisch. Das geht 4 mal am Tag. Ah. Hm. 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 Ich habe jetzt einen Tag. 2 mal XP. 1 mal XP. 1 mal Diamanten. 1 mal Diamanten. Ja. 6we Mal Boot working. 6we Mal. 7 shell that will have a letter blue humanvia I can achieve. 7we Mal missing. 10we Mal. 9we Mal. 8we Mal. 11we Mal. 1ب Nyойдet. 11we Mal. 14we Mal. 11we Mal. Ok. 11we Mal. 11we Mal. Shop, Hot. Na gut, gar nicht. Gut, dann fangen wir jetzt an mit den Questen. Es geht los. Daily, komplett all delis. Okay, ja. Spend 20. Stamia. Stamia, 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 Spenden, Freunde. Immer noch da. Aber eins habe ich abgeschlossen. Komplett all delis. Ja, ja, ja. Ach, das war Gift Friends. Entries Heroes Three Times. Ach, warte, da war auch was mit Summon. Summon, Summon, Summon. Summon Heroes Three Times. Dreimal. Null? Ja. Den kann ich machen. Eins. Zwei. Zwei. Try. Try. Nice, 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 nice. So. Entash Heroes 3x und Entash Runes 3x Ok, erstmal gehen wir bei Heroes rein Hier haben wir Ok, ok, ok Ok, ok Ich muss jetzt mal kurz gucken Also hier war es Enhensche Mein Englisch ist wirklich ganz schlecht Ok, die Katze Comeback Jetzt sind die meisten Sterne 1 2 3 3 3 3 4 4 Die beiden haben 4 Die sind schon ziemlich stark denke ich mal Sag ich jetzt mal Das ist der Kapitän Oder die Oder die Egal, einer von den beiden Ich brauche noch einen lilanen da rein Ok, das ist wahrscheinlich der Land Ok, das ist wahrscheinlich der Land Der geht dann bis auf Level 15 Der geht dann bis auf Level 15 Da ist nur 1 Stern Soll ich lieber den Wolf nehmen? Oh das komische Fee Oh das komische Fee Ich nehme einen der Level 1 ist So Ich nehme einen der Level 1 ist Fangen wir hinten an Egal Der schlechteste kriegt die Katze Yes Yes Gut, dann haben wir das schon mal fertig Dann gehe ich mal hier drauf Auf die Runen Und Wie ging der da nochmal hoch? Das Feld anklicken Den und Equipped war das Jawoll Mach und Mach 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 der nächste ich dachte ganz zusammen Oh, du bist dann weg. Oh, du bist dann weg. Da passt der rein. Da gar keiner mehr. Da der. Ist das nicht die gleiche wie da? Ja, dann habe ich ja noch eines zum Opfern. Spie. Schauen wir mal schnell hier, was er für Runen kriegen kann. Er kriegt die Faust. Das war's. Und die letzte Rune geht an ihr und es wird nur diese geben, die wir einmal kurz aufleveln. Einmal oder dreimal? Ich glaube dreimal. Equip. Gut. Und dann gehen wir noch mal zu den zweitschlechtesten, der hier. Und da kriege ich den Skill, äh den Skill, der kriegt eine Aufwertung. Da kann ich da jetzt noch mal rein. Ich bin noch bei Runen drin, deswegen. Da. So. Und du kriegst diese. Yes, sir. Okay. Das ist das, die ich am meisten benutze wahrscheinlich. Level, Level ist gut. Und sortieren nach den Dingens. Blau, Gelb, Lila. Aber wir lassen ihn erstmal auf Level. Dann schauen wir, was für eine Quest wir jetzt abgeschlossen haben. Dreimal Runen. Okay. Ich muss da noch einen Hellen aufleveln. Battle with a friend three times. Okay, das kommt gleich in den Dingens. Clear. Clear. Kolossen. Katakops. Einmal. Katakops war. Bette. Das war Katakops. Den war das. Den war das. Mal. 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 Start! Jetzt bin ich mal gespannt Autoplay Dreifache Geschwindigkeit Gut, mein Freund hat alles selber gemacht Una Quests haben wir gemacht Oh, Level 12 Ich muss noch ein Helden aufleveln Ein Kampf mit dem Freund habe ich gerade gemacht Und Magic 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 Tizer Mist Ich habe nicht Der nächste ist 14 Das ist doch schlechter wie meine Wir haben ja gerade gesehen, dass ich keinen Schaden gemacht habe bei dem Boss auf Stufe 2 Deswegen Ich bin Ich bin Okay. das ging aber auch schnell gut dann haben wir den auch fertig noch einmal mit dem freund kämpfen fight in the area three times also in der arena das war glaube ich auch hier bei battle drei mal shop lab weekly also lau ist man ab drei stern ja gut zu wissen dreimal arena kampf das war der erste war der erste war der erste war der erste das habe ich mit dem wolf gemacht das ist bestimmt gedauert der den habe ich das bei mir so stark das war noch drei kämpfe würde ich sagen schau mal jetzt noch ein hellen auf level einmal mit dem freund kämpfen dann und ist dann ja war deine energie dann würde ich jetzt mal hier rein gehen und wenn ich schnell das einmal durch leveln die der ist stark und dann den schlechtesten ist das das schlechteste dann naja auf jeden fall ist er ganz hinten und mit dem freund noch kämpfen und wenn sie einen tötet dafür nochmal da hat man wohl auf gut Das geschütte Neid. Na gut, dann ziehen wir jetzt jedes mal noch mal einen Freund mit rein. Nice. Wir nehmen den Freund auch mit. Wir nehmen den Freund. Nice! Woah, die nächste Runde! Ja... Los, komm schon! Mach die kaputt! Oh, mein Beuf ist schon wieder tot! Da hält nichts aus! Yes! Und die nächste Stage! Und der nächste Freund! Und es geht wieder weiter! Oh! 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 Ich glaube, das werde ich verlieren! Oh! Aber ganz knapp! Oh! 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 so dann habe ich aber noch ich habe noch einen freund kommt dabei sind wieder rein da wollte auch noch mal kämpfen und dann bin ich fertig mit meinen dailies ich glaube er noch nicht einen schlag macht oh der wolf schon wieder tot ja jawoll jetzt das letzte einen helden aufleveln den schneemann aufleveln ja 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 kann man was im geschäft kaufen naja nicht in diesem shop jawoll ich hab was zum aufleveln gekriegt yippio jetzt geht es weiter den und aufleveln ich habe bekommen schon wieder eine süße katze das war jetzt die letzte quest und das waren meine ganzen dailies für heute hat ja nicht ganz lange gedauert wie ich dachte wie lange bin ich 39 minuten also sagen wir mal 40 minuten dann habe ich noch so ein bisschen umgespielt also sprich vielleicht wenn es hoch kommt eine halbe stunde für die dailies dann bist du fertig das finde ich mal gut bei spiel wenn die dailies schnell abgeschlossen sind nicht wie bei stage of survivors da brauchst du den ganzen tag viel um die dailies abzuschließen naja aber es gibt auch Leute die mögen sowas nur bei einem spiel zu bleiben ich spiele ja währenddessen noch vier andere spiele auf dem emulator hier deswegen bin ich mal froh wenn etwas nicht so lange dauert gut dann will ich mal mein Ticket mir abholen ich hoffe es hat euch gefallen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten mal wieder dabei seid bis dahin wünsche ich euch viel spaß und auf wiedersehen Ciao Ciao